Ah Hochkomme Immer Schuld der Bambusleitung Auch wenn ich jetzt LAN-Kabel habe Dann ist es mein Rechner Ja, man kann es einfach kaputt schlagen, gut Hätte mir auch noch mal jemand Hab gedacht, was wusstest du? Man sollte nix essen Nicht während einer Aufnahme Ist mir nicht unprofessionell Ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich schon die ganzen Scheiß-Tage aufgenommen habe? Aber egal Oh, Alter, diese Frame-Anbrüche bei dieser Map, ne? Das ist so abnormal Ich hab Dauer 60 Hey Leute, ich bin doch noch nicht riesig Ich hab Dauer für 20, glaub ich Okay, jetzt geht aufs 30 runter Wow Terrorist Genug sind Ja, ja Inscodent Verschieß Hier, wie sich ein Halt Nicht, dass ich's Twitter bin Die Rutschen Oh, diese Legs, ey, na Genau, lass doch mal rutschen gehen Okay, Rutschen Wenn ich auch für Hina Ich rutsche, ne? Rutsche, wenn ich, wenn ich, wenn ich dann mal raufkomme Ja, hab ich auch das Problem mit Bin ich noch, habt ihr gehört? Gut Äh, du, du bist Traitor, hab ich gehört Ladies first Mhhh Los, hab Los, hab Weil ich jetzt schuchtel hinterher, ne? Ne, hab, meine, hab, 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 hab Go, 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 go Wer auch immer der Typ ist Ich bin Rutschen Juhu Erstmal übermalt dein Zeichen So, seht ihr, ich bin, äh, Inno Ja, wir beide sind Inno So, so Könnt ihr mich? Ne Hallo, da war hinter dir noch jemand Oh, ne Ich hab dich, dich und den anderen vorgelassen und stand hinten Oh, ich bin echt, ich bin echt gut als Traitor, muss ich sagen Auf jeden Fall Ich geh noch rutschen, uuuuuh, tot Rejacket schwimmt wieder bei mir Rejacket war, glaub ich, tot Nee, ich bin nicht Du bist, du bist noch die Ja, bin ich Ich hab noch die Du hast noch die Dings Du bist doch in die Rutsche rein Ich hab den noch als letztes getroffen, glaube ich Mhhh Ja, du hast ihn noch gekillt Weil, sonst hätt ich den Kill gehabt, da hätt ich mehr Score gehabt Er hat mich angeschossen, hab mich umgedreht und geschossen einfach Ja, ich auch Nein, 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 nein Aber nicht umgedreht Aboa, komm nie wieder vor So, ich würd sagen wir rutschen gleich Oh Wo ist der Ausgang? Oh, ich bin schon wieder Traitor Ja, ja, ja Ja, ja, ja Genau Verdammt Verdammt Komm, man Weiter Nein, 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 nein Geh mir weg WeChat, jetzt schwimmt immer noch bei mir. Ich bin aber an der Treppe. Ich hab Angst vor Jan. Also ich bin jetzt in der Rutsche, für er es flüchten möchte. Warte, ich muss mal innen. Und von dem anderen hab ich auch Angst. Jetzt gehen wir doch mal aus dem Licht. Wusstest du auch. Wo ist denn das Licht? So, erstmal sein Zeichen da wieder. Eiskalt immer malen. Erstmal ging der mal Zora. Ja, lass mich doch ruhig sein, wenn du Angst hast vor mir. Ich hab Philipp getötetet, weil er die ganze Zeit in der Rutsche stehen geblieben ist. Und ich dachte, er ist ein Tracer, weil der in der Rutsche stehen geblieben ist. Wenn die Leuchten da kommen, rutschen oder einfach so rutschen? Einfach so rutschen. Und dann hört man diesen Sound. Egal welche? Egal welche? Ja, aber warten, dass da einen fertig ist. Hier liegt Philipp. Ey, ich hab geschossen. Warum werden wir mitgeschossen? Einen von den beiden. Ach, der ist auch... BAM! Ich stand in der Ecke. Ja, die haben wir auch immer nicht. Ja, ich stand... Wieso? Ich positionier mich auch immer hier. Sorry, Reject. Du bist ein Tracer, weil du nicht stehen geblieben bist. In der Rutsche. Ja, ich wollte mal, wenn irgend einer nachkommt, den abschießen, aber... Erstmal schön. Ich hab die... Ich hab die ja nicht gesehen, ey. Scheiße. Ja. Ja. Doof gelaufen, ey. Ich hab mal... Ich hab mal... Ich hab mal 110 Farmer verloren. Oh. Oh. Ich fühl mich jetzt immer noch. Oh, die Waffenausweis ist heute auch wieder beschränkt hier, Alter. Oh, ein Schöner Kühl. Da muss ich... Da muss ich... Da muss ich wohl wieder nach Amerika fahren, hier. Ah, die macht Einspruch. Ja, ich kann was machen, hier, ey. Habt ihr huge, die ist widerlich. Ja, die ist auch scheiße. Ja, obwohl das geht. Kommt drauf an. Wenn du mehrere Gegner hast, gleichzeitig kannst du das Teil gut benutzen für... Sag mal. Habt ihr meine Lieblingswaffe gemopst? Habt ihr gemopst? Ja, habt ihr... Was denn? Die Schotze. Die Schotze. Die Schotze-Fotze. Ja, ich sag' wir gehen rutschen. Wollte ich sagen. Ist das nicht langweilig die ganze Zeit zu rutschen? Ja, aber dann weißt du wenigst, wer Traitor ist. Oder der Inno. Als Traitor kannst du aber auch ganz leicht, äh, die oben wegsnacken, alle. Hast du recht? Warte, war ne Granat. Wer hat die Granate geworfen? Ich sterbe, 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 sterbe. Ich sterbe durch ne Granate. Ah, ich bin abgeballert. Au. Er hat mich angeschaut. Streetjacket ballert mich ab. Okay, äh, bist du Inno, Doja? Dann glaub ich, Streetjacket, weil, äh, Streetjacket hat grad jemand abgeballert. Ich bin grad geschwommen, äh, äh, geschwommen mit dem Rutsch. Mini-Gambo, lebst du noch? Ja, noch. Aber gleich nicht mehr. Vertraue niemals einem Arschloch. Ver- wer ist jetzt? Er- wer ist jetzt? Kann grad rutschen. Was war? Ja komm, dann lass rutschen gehen. Nehm ich jetzt abschießt, bin ich schon in den Müller, ne? Ey, ich konnte ja nicht wegen der Flamme. Eben eigentlich noch Alfa, wie... Kann sein. Hochreject. Ab. Geh vor. Ja. Ab schon. Ja, wieso? Beide rutschen, warum schießt du sofort auf mich? Und alle... Ich hab ein Geräusch gehört und du bist nach mir gegangen. Ne, und der andere ist auch... Genau, das Teil kommt an... Warum hast du mich denn getötet, Rejacket? Random kill, das wird's spannend machen. Das ergibt keinen Sinn. Das wird's spannender machen. Aber das Ding ist, der andere kam auch genau in dem Moment. Wir sind beide fast gleichzeitig. Das war einfach viel zu geil. Wie kann man den Chat öffnen, wenn man tot ist? Oder allgemein? Gar nicht. Rejacket ist vorher auch... Ja, aber die Sirene geht erst in der Mitte los. Und da war Rejacket auch gar nicht. Jacket und ich wären fast gleichzeitig runtergekommen. Ja, das stimmt. So... Wäre ich jetzt Traitor... Wäre ich jetzt... Wäre ich jetzt... Wäre ich jetzt innocent gewesen, hättest du ein random kill. Aber... Aber er... Aus Reflex hätte... Ich hätte auch immer Rücken geschossen, weil... Du bist ja gleichzeitig mit ihm gerutscht, dann hätte ich auch noch ihn geschossen. Nicht. Ja. Egal. Ich hätte Angst vor dir. Ja. Aber Sven, das war asig, ne? Du sagst, hattest du so... Innocent? Ja. Dann kommt mit... Alles klar. Von hinten. Duck! Schon wieder inno, Alter. Schon wieder... Toilette, ey. Was macht denn GLP-Trick? Oh, ich bin schon wieder inno. Äh... Oh, ich hasse die Granaten, ganz ehrlich. Ey, ich hab jetzt Angst vor... Äh... Rejacket. Der tötet mich wieder, random. Wuh! Ein Dojo. Rolf, komm hier... Steht der da? Oh, ich muss mich markieren. Gerade? Au! Unfair, ich muss nachladen. Witzig bin ich jetzt. Ja! Du bist aber auch doof! Du bist aber auch doof! Warum kämpfst du gegen zwei Leuten? Keine Ahnung, ich wusste nicht, dass die Netzen so krass verzieht, sonst hätte ich euch beide getötet. Wird einmal aufziehen, aber nein, die musst du ja nach oben ziehen. Nein, das... Das ist ja... Das ist ja ausgeglichen dann. Muss ja. Hä? Hä? Ja, genau. Obwohl... Es vorbei ist. Ich glaub, Jan ist gleich Traitor. Das bedeutet ich. Mach das schon mal vor hier mit der Rutsche, damit ich... Damit ich kein Verdacht schöpft. Jan ist gleich Traitor. Welcher? Ja. Das ist dann so heiß. Ja, es ist doch problematisch, ne? Kann auch ich sein. Ich war lange Zeit kleiner, also. Scheiß, warum verraten ich mich? Nein, weil... Bei ihm hat ich richtig nüt, glaub ich. Ja, doch. Ein Mal nur. Das ist doch... Wenn man Innos sind, ist... Ja, das war Traitor, nüt. Ja. Das ist... Du hast halt Backen hier rum. Ich will mir keine Mag-Zäden. Deine Schrotflinte für mich. Info. Ich hab nur Schrotflinte, aber nicht für dich. Inscolent. Eindeutig. Ich bin auf jeden Fall Inno. Inscolent. 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 Die sofort rutschen. Kein... Ich geh das erstes. Ich geh das erstes. Ich geh das erstes. Ich geh das erstes. I follow you. So. Hört ganz genau hingleichen. Das ist ja. Er will uns zeigen, wie es aussieht, wenn man... Wie es sich anhört, wenn man Traitor ist. Nein, hört Sinn. Das ist Inno. Das ist Inno. Ja, das Problem ist, ich hab ähm... Zwei Sounds. Ich hab einmal auf Boxen und ich hör die Schritte nicht und die Schlüsse nicht. Das ist das Ding. Ich bin in ner Rutsche. Ich war... Ich war Inno, deswegen gehst du vor mir. Ja gut, dann geh auch... Komm, runter. Runter mit dir. Ich geh vor. Die seht ihr Inno. Der war da. Ich war auch. Der muss... So. Der war noch nicht. Ich bin jetzt gerade am Rutschen. Jacket? Dann ist re-jacket. Dann ist re-jacket. Oh! Er braucht mir ner Rutsche wahrscheinlich. Ben. Der hat gerade... Do-Jock umgebracht, glaube ich. Ah, yo. Er re-jacket ist. Ah! Mist. Linkdecker for the body of... Do-Jock. Do-Jock. He was intercepted. Kurz links raus. Ich kann ja immer... Weil ich guck, ob mein Mikro aus ist. Mal leise gegangen ist. Ah, jetzt kann ich da rüberkommen. Okay. Da schwimmt eine Leiche. Da sieht man die Gewalttätigkeit von Mini-Gambo. Wer ist das? Die ganze Zeit auf die Leiche. Das kann doch nicht sein. Das macht ein Killerspiel. Das ist kacke, dass ich jetzt 4 gegen 1 machen musste. Wieso gegen... 4 gegen 1? Ich war tot, man. Du hast mich umgebracht. Ja, danach. Wo ihr wusstet, dass ich weiter wurde. Wir wussten das im Vorfeld auch schon. Ja, weil wir alle gerutscht sind. Ja, ich bin mitgerutscht. Nein, bist du nicht. Bist du nicht? Du bist ja weg gewesen davon. Entzaubern. Ja. It was a magic trick. An zwei Orten gleichzeitig. Ich bin Inno. Guckt hier, guckt da. Und auf einmal ist noch was auf dem Boden. Nö. Ich seh da nichts. Du musst da noch mal ein Bild dran machen. Oh, geil. Der weiß. Eindeutig. Warum geht das nicht drüber? Weil du warten musst. Du hast ne CD drauf. Cooldown. Guck. Wahnsinn. Ich geh rutschen. Ja, ich komm auch. Zahnweiß ist von mir. Ah, ich werd klopfen von ihm. Ich bin in ner Rutsche. Ich hab die Scheibe getroffen, aber... Ich bin in ner Rutsche. Ja, ja. Äh, ich werd angetippt. Glaubt, sojob war's. Sojob. Ja! Genau! Genau. Okay. Was? Was? Ich hab den Jacket gekillt, Mann! Dann, wenn ich, warte mal, warte mal, wenn ich Inno bin, wenn du Inno bin und Mini Gambo auch, dann muss Jan sein. Ich bin der Einzige, der gerutscht ist. Scheiße, ich hab's gar nicht erst so mitgekriegt, dass alle gerutscht sind. Verdammt, okay. Ich wiederhole, ich war der Einzige, der gerutscht ist. Oder ich bin. Ja, ich weiß. Wir sind auch nur die Letzten Meinen, die da sind. Komm. Ich hab's doch gut. Ich brauch auch keine andere Waffe. Hui. Eben noch. Fuck. Babababa! Ich hab, ich hab Rejectet gekillt, weil er... Sven angeschossen hat. Und die Beine schießt auf mich. Ich hab ja auch gar mal verlaufen. Das Beste ist einfach nur, ich sag das auch noch, ja, dann muss das eigentlich Jan sein, anstatt einfach die Tore zu töten. Ja. Ja, anstatt, dass ich die einfach sofort töte, weil ich schon die ganze Zeit gemerkt hab, dass ihr nur noch zu zweit seid. Dann gucken wir mal wieder. Ja. Ja.